Auch wenn du alle Funktionen von PowerPoint beherrschen würdest, es nützt dir nichts, wenn deine Präsentation miserabel gestaltet ist. In dieser Einheit werden dir die wichtigsten Grundregeln für die Gestaltung gezeigt. Mit einem Klick auf dieses Fragezeichen-Symbol erhältst du Tipps zum Vorgehen bei der Planung eines Vortrags und vor allem eben Tipps zur Gestaltung. Bitte schaue diese Informationen aufmerksam durch, mache dir, wenn möglich, Notizen und öffne anschließend diese Datei, die du in den Materialien vorfindest. Es ist eine PowerPoint-Präsentation zum Klimawandel. Es hat möglicherweise ein paar tolle Ideen, aber prinzipiell ist sie wirklich miserabel gestaltet. Aufgrund der Theorie, die du zuvor angesehen hast, solltest du mühelos herausfinden, welche Gestaltungssünden hier gemacht wurden. Mache dir Notizen, was alles schlecht gelöst ist an dieser Präsentation und überlege dir, was du besser machen würdest. Zeige anschließend deine Notizen deiner Lehrperson, bevor du dich dann an die Arbeit machst und diese Präsentation verbesserst. Die Notizen Die Notizen